Ach schön. Na ja. Ja, ich denke. Ja, was? Schön. Also jetzt, wo du... Du bist ja ganz hibbel. Hörst du mal Frühstückspäusel machen? Ja, gute Idee. Hörst du dich beruhigen? Ja. Huscht, doscht. Doscht, ja. Ah ja, doschthoscht. 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 Prost. Reimt sich. Doschthoscht. Prost. Jesus mei. Denk mal hin, die Badenzer machen aus Taunerzappen Bier. Das hätt ich früher wie so miss, hätt ich meinen Weihnachtsbom nicht fertig geschmissen. Ja, aber wo man es nicht weiss... Sag mal, was sehste da war ja schön. Ja, natürlich. Ich hab was zu essen. Ich hab was zu essen. Ich hab was zu essen. Ach. Was hab ich denn heute dabei? Oh, hab ich was ganz cooles. Halt. Nicht aufpacken. Lass mich mal roten, was wir heute dabei haben. Du kommst doch am Leben nicht zu, was ich heute angepackt. Lass mich roten. Was haben wir heute zu essen dabei? Heute haben wir Blutwurstbrot und Schwadermacherbrot. Tatsich. Ganz genau. Äh, Brot mit Blutwurst. Äh, Brot mit Schwadermacher. Wie jeden Tag. So, ähm, wer ist das von den Zwergenstuhren? Welches ich will? Ja. Ach, äh, schön. Das ist mir völlig egal. Egal. Ach, such du dir doch was raus. Soll ich's dir erst gut tun? Ja, was dir schmecken. Egal. 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 sucht, dass ich da sicher wieder das beste Brot habe. Ihr annehmt auch den Schwadenmacher und ich muss dann das scheiß Blutwurst bringen lassen. Hallo, jetzt soll ich wieder den Schwadenmacher nehmen. Jeden Tag Schwadenmacher. Männ, nie krieg ich das Schwadenmacher. Aber Männ, warte, warte, Männ. Nein, 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 nein. Heute hat er sich verrischen. Heute ist ich kein Schwadenmacher. Heute werden euch in der Appetit geheirisch vergeben. Ich hab Zucker unter der Schwadenmacher gestreckt. Heute nenn ich die Blutwurst. Ich hab' nicht so lebt. Ich hab' nicht gerischelt. Herr Grimmel! Also du damit, du damit hättest du jetzt nicht gerischelt. Wieso, wieso nimmt der heute Blutwurst? Ich hab' schon viel zu oft den Schwadenmacher genommen. Am Ende meint der Friedel noch, Schwadenmacher wird mir schmecken. Der Seefelseder. Der Seefelseder nimmt sich das Blutwurstbrot und lässt mir den verzugerten Schwadenmacher. Ich hab's doch gewusst, dass ein Schwadenmacher nicht schmeckt. Ich hab's doch gewusst. 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 Ich hab's doch gewusst.